Wurdest du jemals respektlos behandelt, gezwungen Befehlen zu folgen? Willst du lieber deinem Herrn trotzen und nach dem Kodex der Piraten leben? Bist du bereit für die Freiheit zu kämpfen und nach eigenem Willen zu handeln? An alle Geknechteten, die niemandem mehr untertan sein wollen. An alle, die bereit sind uns zu folgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017